Teuer wird's nur, wenn Sie falsch parken. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Mohamed Josef Schirdl, ein afghanischer Nationalspieler, wechselt in die Landesliga Hansa, genauer gesagt zu Dersem-Sport. Josef, erzähl uns, warum Dersem? Warum Dersem? Weil mich ein alter oder sehr guter Freund der Familie angesprochen hat und mich gefragt hat, ob ich dem Verein helfen kann bis Ende der Saison. Und ich habe sofort zugestimmt und will da helfen, wo ich helfen kann. Ob es die Landesliga ist oder Bezirksliga oder in der Regionalliga, war mir eigentlich völlig egal. Ich wollte eigentlich nur noch, habe mir gedacht, noch mal den Fußball treten in der Saison. Und ja, deswegen habe ich mich für Dersem entschieden. Welche Ziele hast du denn mit Dersem-Sport? Ich meine, der Aufstieg in die Oberliga ist theoretisch ja noch machbar. Theoretisch gesehen ja, aber man muss auch realistisch bleiben. Ich sage mal einfach so, ich hoffe, das Bestmögliche zu erreichen und meinen Beitrag für den Verein zu leisten auch. Und hoffentlich, dass wir das Bestmögliche draus machen. In deiner Karriere hast du ja schon einige Probetrainings bei Profivereinen absolviert. Warum hat es am Ende dann doch nicht zu Verträgen gereicht? Warum es nicht gereicht hat? Es waren eigentlich sehr viele Sachen, die dazu, also dass es nicht geklappt hat, war zum Beispiel, dass ein Trainerwechsel stattgefunden hat und ich unbedingt einen Vertrag jetzt unterschreiben musste. Weil ich, wenn ich da nicht, wenn ich nicht irgendwo unterschrieben hätte, zwei Jahre automatisch gesperrt wäre. Und ich muss auch selber gestehen, dass ich mich damals in der Phase, wo ich bei West Ham war, für einige Sachen nicht entschieden habe, weil ich gedacht habe, da kommt noch was Besseres. Und ja, das war auch ein Grund. Du hast bei den Fusi-Freunden gesagt, Zitat, das Geschäft hat mich abgefuckt. Was genau meinst du damit? Ich sage es nochmal ganz deutlich, das Geschäft hat mich abgefuckt. Und das ist auch bei vielen anderen Fußballern so. Bei mir war es jetzt der Hauptgrund, wenn es über die Würde der Menschen geht, ist bei mir das Ende. Darauf hatte ich auch keine Lust mehr, mir irgendwas von Leuten zu sagen, die sich so wichtig machen, dass sie sagen, deine Religion passt uns nicht oder du spendest da, du spendest hier. Und der Fall Enes Benatira war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da spiele ich nicht mehr mit. Wenn ein Spieler in Deutschland, ich selber bin Deutscher, nicht akzeptiert wird, weil er gespendet hat für eine Organisation und daraus so ein Film gemacht wird, dass er nicht mehr für die Bundesliga oder in der Bundesliga spielen darf und jeder noch sagt, das ist richtig. So, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich vollkommen abgefuckt von dem Geschäft. Hast du denn Ambitionen oder siehst du dich in der Zukunft irgendwann nochmal zurückkehren in den Profifußball? Wenn ich ehrlich bin, wollte ich mich ein Jahr zurücklehnen und mir wirklich darüber Gedanken machen. Die Qualität habe ich auf jeden Fall dazu, da bin ich überzeugt von mir selber schon. Ob ich es will, ist was anderes. Ob ich in den Spiegel schauen kann und den Leuten nachgehe, die eigentlich nicht für die Menschlichkeit dasteht, weiß ich nicht. Aber ich sage, die Tür ist nicht komplett zu. Also ich lasse alles auf mich zukommen und vertraue da voll und ganz Gott. Du bist auch afghanischer Nationalspieler. Welchen Bezug hast du zu diesem Land? Ich hatte, bevor ich gar nicht für die Nationalmannschaft gespielt hatte, gar keinen Bezug. Aber nachdem ich da das erste Mal selber im Land war und für die Nationalmannschaft gespielt habe und die Nationalhymne gehört habe, habe ich erst realisiert, dass wirklich die Hälfte von mir afghanisch ist. Und ja, das eine Auge ist auf jeden Fall afghanisch und das andere Auge deutsch. Wie wird denn der Fußball in Afghanistan gelebt? Die Begleitumstände sind ja doch ganz andere als hier in Deutschland. Komplett, komplett anders als hier in Deutschland oder in Europa, weil die da drüben nichts haben. Die haben wirklich nichts. Die Kinder spielen mit Steinen und mit Stöckern. Und wenn du da rüber gehst und wieder zurückkommst, realisierst du erst mal, wie glücklich du oder wir Deutschen uns schätzen können, dass wir hier leben, das was wir haben. Und die Leute da drüben feiern den Fußballtag so sehr, dass sie sogar einen Feiertag draus machen. Also kam mir auf jeden Fall so vor, dass die Leute alle da frei haben und da sich zusammengesetzt haben und heulen vorm Fernseher, wenn wir ein Freundschaftsspiel verlieren. Und wir werden da als Nationalhelden gefeiert. Und das ist eine ganz andere Sicht, eine ganz andere Sicht, weil sie nichts anderes haben. Würdest du denn die afghanische Nationalmannschaft nochmal verstärken können? Verstärken auf jeden Fall? Also verstärken ja. Spielen auch ja. Ich hoffe natürlich, dass die Nationalmannschaft mich auch braucht. Und deswegen war es ein Grund für mich selber weiterhin Fußball zu spielen oder so lange noch zu spielen, solange ich kann, solange es mein Körper noch mitmacht. Wir wünschen wir dir lange Gesundheit und viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön.